Unser großes EP-Fan-CH-Fan-Treffen in Tripsdrill. Ja, die Hälfte der Gruppe fehlt gerade. Oh, Horror. Die sind gerade auf dem Klo. Hier ist schon Halloween-Saison. Ja, die Hälfte der Gruppe ist gerade auf dem Klo. Und wir haben jetzt gleich unsere ERT auf der gesenkten Sau. Okay, für mich wäre das schlecht. Sag mal, yeah, Karacho ERT. Äh, Quatsch, zänkte Sau ERT. Yeah, zänkte Sau ERT. Lass mich verbiere. Die Wagen stehen alle für uns da. Und da entstehen... Wo ist es dann, ist es für die Türe, Harus? Ja. Und du? Gleichzeitig drücken. Also erst so und dann so. Gedrückt halten, bis das Fahrzeug rausklappe ist von den Rädern. Also jetzt erst hinten gedrückt halten, bis der erste vorne ist und dann den nächsten. Dann kommt dieser Umkehr hier rausklappe, von den Rädern. Und dann startet die Energie mit Rädern praktisch. Okay, und dann fährt er hier raus. Yeah! Und dann fährt er hier rausklappe, bis das Fahrzeug 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 rausklappe, bis das Fahr Karacho! Du kennst doch den Humor. Warte mal, oder? Ja, da warten wir mal auf alle. Du hast doch selbst den Humor hier angesprochen, oder? Oh Gott, das Ding bleibt ja fast stehen da oben! Keine Hände oben, das muss geändert werden! Die Thematisierung von Karacho Parkhaus! Die Lichter sind geil! Guck mal, da kommt ein Wagen! Oh, Scheiße! Ich kiege! Alter, sind wir bescheuert eigentlich! Die wackeln im Knie! Ich sitze gar nicht bei mir! So, damit man mal sieht, wie der Tophead bei Karacho wackelt. Wenn ein Zug drüber fährt, was ja viele bemängeln. Schon krass! Ja, steigt ein. Gehen jetzt Suppe fahren. Ja, bei einer veganen Suppe muss man halt noch ein bisschen Sahne mit rein tun. Sahne, oder? Und noch was, ne? In die vegetarische muss Hackfleisch rein und in die vegane noch Sahne. Ich fahre mit euch beiden. Dann wird's nicht so eng. Weil ich weiß, wie das Ding dreht. Und alles schön gedreht. Alles schön gedreht. Die EEP-Fans im Wäschekorbflug. So, und damit ich auch mal wieder auf dem Video bin. Der Ray im Wäschekorbflug. Wow! Wow! Interessanter! Der Dorian! Hallo! Wink mal, du bist auf YouTube. Und du wirst auf YouTube sein. Nein. Juhu! So. Da kommen jetzt alle runtergerutscht von uns. Oder? Ja. Wie viele von uns fehlen? Ja. Und, wie war das Rutschen? Schnell. Schnell. Ja. Wuppa Gangnam Style. Hast du dich hingefickt? Einmal stehen bleiben. Ja. Ja. Stopp! Alle wieder zurück. 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 NEP-Fans. Spiel. Ja. Eine greifende Doro. Oh. 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 Das macht nicht sch... Das dauert, bis ihr oben seid bei dem Tempo. Oh, das ist aber beinig schön. Ihr tretet hier an der Scheiße von den Viechern rum. Boah, Kate, warst du im Solarium? Sie sind bekloppt, gell? Ja, gell? Ja, gell? Nicht in meinem Auto beim Reifahrt. Nein, 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 nein. Ja, gell? Ja, dass es sich so ähnlich ist. Vielen Dank.